Ja und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Lego Star Wars 2 Ja, ähm, in der letzten Zeit kamen leider keine Folge, denn wir haben auch Zeugnisse bekommen und Arbeiten geschrieben und ja, deswegen konnte ich leider nichts aufnehmen und wir hatten noch Praktikum die letzten zwei Wochen und ja, deswegen fangen wir erstmal wieder hier an. Wenn ihr euch wundert, warum ihr schon das vierte Level freigeschaltet habt, wir haben auch schon das dritte gemacht nur da hat die Aufnahme irgendwie, waren da irgendwie ein paar Fehler und ja, deswegen machen wir das jetzt nochmal damit ihr auch mal seht, was wir da so machen. Ja, 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 das hat mir so gefehlt noch so ein bisschen aufzunehmen und hochzuladen Ähm, und wie ich sehe, haben schon 19 Abonnenten, das ist nicht so schlecht, das ist eigentlich recht gut. Ich hoffe mal, ich habe noch dabei, dass ich hier schnell rensiere, denn ich habe noch nicht mehr aufblendet, ich habe noch mal aufgefahren. So. Ich habe noch nicht gezogen, was ich hier in dieser Fall war. Was ich für heute in dieser Fall war, dass ich hier in dieser Fall war. Ich habe jetzt hier in meiner Falle, ich habe die. Wie ich hier in dieser Fall war. Oh. Nur auf drei. Und voll weggekippt. So und da sind wir auch wieder. In der schönen Stadt auf Tatooine. Und jetzt haben wir erstmal einen Kunde gerade. damit wir uns später mal wieder ein paar Typen kaufen können. So, dann machen wir das auf. So, wir haben ein bisschen mehr Geld. Jetzt gehen wir in die Doppelzone. Geld braucht man immer, ist ja klar. So, ja. So, ja. Ja, und da haben wir schon wieder. So, wir haben noch Attacke. So, das ist ja schon wieder. Wo ist denn der Klon hin? Hallo, Klon, wo bist du? Füllen in eine Reihe. Hm, Bese. So, ja, jetzt haben wir schon mal 14.000. Das ist doch schon mal sehr gut. Und, dann gehen wir jetzt mal weiter. Aber dafür haben wir erstmal den Landspeeder. Damit das ein bisschen schneller geht. Naja, oder auch nicht. So. Okay, da ist eine andere. Interessant. Bohe, also wenn... Woaw, dann sub Fragen. Noch nicht. Wenn... Aber noch nicht. Aber er ist eins, was man. Ah, meine Güte. So, jetzt muss ich erstmal... Oh, wie lange ich ne umgehe. Also, Einfallspreise. Ach man, diese Scheiße. So, das verliere. So, jetzt müssen wir erstmal wieder... Wow, kommen die alle her. Komm, komm, komm. So, ich hoffe, das war jetzt meine Position. So, ne? So, jetzt... Das müssen aber jetzt kürzlich mal alle gewesen sein. Aha. So, und jetzt brauchen wir den C3PO. So, ja. Dün, dün, dün. So. So, da sind wir in der günstigeren Situation. Machst alles mehr. Ja, aber man hat ein Toilett, sind alle auf einen los. So, jetzt müssen wir uns erstmal diese Klonen messen. Nein. 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 Aha, jetzt haben wir alle besiegt. Äh, ja. So, da haben wir erstmal einen Tausender. Und... Ja. Jetzt bauen wir hier noch kurz die Treppe auf. Ratzfatz mit der Macht. Und... So. Rückwärtsaltung. So, ja. Dann... Jetzt müssen wir erstmal wieder diesen... ...Tileball. Was ist das denn? Also, hey, wieso hab ich diesen Füße? So. So. Was kann das denn noch mal? Die Macht. Das, das, das. Jetzt wird es. Ui. Ui. So. Ah. E1. Ah, ich glaub ich weiß, was das will. So, dann kommt das. Und dann... Und... Keine Ahnung, so eine komischere Kabine ist das. Ich glaub ich. Hyperspeed aufbauen! Eieieieaa, das dauert nicht lange. Ist ja cool, wenn man so schnell zu Gebäude bauen kann. So. Ne, schnell rein. Ach, nee, oder? Ach, nee, oder? Ja. Ah, Mann. Geht schnell! Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Ich bin jetzt von mir. Gut. Das werden... Ah, Alter. Ich bin jetzt von mir gut. Das werden... Ah, Alter. Du, jetzt müssen wir hier die Gegner antrücken. Ah, 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 ah. Wie hier nichts, meine Güte. Komm, komm. Komm, schnell, gleich. Nein, tötet ihn! So, jetzt haben wir ihn. Ja, und das Level... Wird immer spannender anscheinend. Ist auch sehr gut. Wir kochen noch am Ende mal ein paar Leute und dann... Oh, endlich findet er ja immer hier den Obi-Wan. Ach, der Luke, immer hier den Obi-Wan. So, jetzt können wir... weiter. Ab in die Bar! Juhu! Chewbacca! Juhu! 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 So, anfängt doch da der Spion des Imperiums. So. 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 So, ja, ähm, oh, wieso lag das jetzt schon so, mein Glück, äh, so, 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 mal wieder mal ein Geld, oh, genau, genau, 67.000, so, sehr gut, so, Gevonimo, also, also, die goldenen bringen, äh, die goldenen bringen anscheinend 200, also immer 100 und die silbernen immer nur 10, okay, das ist mal auch gut zu wissen, dann müssen wir noch mal lang, so, Gevonimo, nein, ah, oh, je, okay, aha, so, dann müssen wir noch mal ein nächstes Mal hier hoch, so, so, nein, die Stadt am Schiebe, nein, so, ja, super, äh, super, hat's vollgebracht, naja, so, dann schieben wir mal das hier, so, hin, so, das ist eine Bombe, ja, ich bin ja aber, ich wundere, wieso ich den, dass, äh, dass er hinschiebe, bumm, einmal dieser Feiglinge, ey, so, ja, alle hinten anstehen, spielt ernst da, ja, ja, Stier, Aha, das war die Spezialattack von Chewie, die, Kopf abreißen, Feuercheck, so, jibjajay, Schweinebacke, und, ja, 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 ja,